Was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start und in diesem Video habe ich einen kleinen aber feinen Outfit Glitch für euch da ihr mich doch in letzter Zeit des öfteren nach Outfit Glitches gefragt habt und deshalb habe ich mir gedacht zeige ich euch heute hier in diesem Video mal diesen kleinen aber feinen Outfit Glitch da dieser Glitch mir besonders extrem gut gefällt und zwar handelt es sich bei diesem Glitch hier um einen Glitch wie ihr bei eurem Pogo der Weltraumaffe Outfit wie ihr dort ja auf diese Maske einen Hut bekommt und dabei bleibt aber auch diese Brille von diesem Outfit hier in der Originalgröße und schwebt so über eurem Kopf ich denke mal ihr seht das gerade ja hier eh schon im Hintergrund und ich persönlich muss sagen das sieht einfach nur extrem cool aus sieht auf jeden Fall schon so ein bisschen aus als wäre dieses Outfit hier gemoddet worden wenn euch das ganze gefällt dann zeigt mir das ganze auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und ihr könnt mir dann auch gerne mal in die Kommentare schreiben ob ihr auch noch weitere Outfit Glitches in Zukunft hier sehen wollt wie zum Beispiel den neuesten Director Mode Outfit Glitch oder eben wie ihr die ganzen Duffelback Taschen online bekommen könnt und diese dann online auch abspeichern könnt lasst mich das ganze auf jeden Glitches vielleicht schon kennt so Freunde ich würde mal sagen wir beginnen jetzt mit dem eigentlichen Glitch also auf geht's also Freunde begebt euch jetzt als allererstes mal in euer eigenes Büro seid ihr hier drinnen nun angekommen dann geht ihr jetzt erst einmal zum Wandschrank und dort zieht ihr euch dann das Outfit Pogo der Weltraumaffe an falls ihr dieses Outfit noch nicht besitzt dann müsstet ihr euch das ganze aber erst einmal im Bekleidungsgeschäft kaufen so habt ihr dieses Outfit nun an dann geht ihr jetzt ganz einfach hin und dann speichert ihr dieses Outfit jetzt erst einmal ab ich nenne das ganze Outfit hier in diesem Video einfach WFG damit ihr auch wirklich Bescheid wisst Freunde so habt ihr das ganze jetzt nun abgespeichert dann zieht ihr euch jetzt nun irgendeinen Hut an den ihr gerne auf diesem Pogo Weltraumaffen Outfit drauf haben möchtet ich mache das hier in diesem Video mit dem roten Bierhelm aber ihr könnt hier wirklich jeden Helm jeden Hut oder was es auch immer noch so an Kopfbedeckungen gibt könnt ihr wirklich jede verwenden so habt ihr euch jetzt nun einen Helm einen Hut oder sonst was angezogen dann speichert ihr das Outfit ebenfalls ab ich speichere das ganze hier einfach als Nummer 4 ab weil das ganze mein viertes Outfit ist und ja dann wäre es das jetzt erst einmal gewesen so habt ihr das jetzt nun gemacht Freunde dann öffnet ihr jetzt nun euer Interaktionsmenü und dort zieht ihr euch dann euren Pogo der Weltraumaffen Outfit wieder an in meinem Beispiel das WFG Outfit so wie ich das hier in diesem Video genannt habe und dann begebt ihr euch jetzt nun in das Wohnzimmer von eurem Büro dort wo sich halt auch euer Teleskop befindet seid ihr jetzt hier nun beim Teleskop angekommen dann lauft ihr jetzt nun auf das Teleskop zu bzw ihr rennt jetzt auf das Teleskop zu und unter dem Rennen drückt ihr die Pfeiltaste nach rechts und ihr haltet das Touchpad gedrückt wenn ihr alles richtig gemacht habt dann verschwindet jetzt nun die Maske von diesem Outfit euer Charakter steht dann vor dem Teleskop und euer Interaktionsmenü hat sich jetzt an dieser Stelle geöffnet das ganze ist auf jeden Fall der alte Hut Maske Brille Glitch für diejenigen unter euch die jetzt schon ein bisschen länger GTA spielen die dürften diesen Glitch hier bestimmt noch kennen so steht ihr jetzt hier genauso vor dem Teleskop wie ich dann geht ihr jetzt nun in die Kategorie Stil und dort wählt ihr dann das Outfit aus mit dem Hut was ihr ja vorhin abgespeichert habt in meinem Beispiel ist das ja das Outfit Nummer 4 so habt ihr das jetzt nun gemacht dann schließt ihr das Interaktionsmenü und dann lauft ihr ein kleines Stück vom Teleskop weg und dann werdet ihr jetzt nun merken dass ihr jetzt nun hier auf diesem Outfit diese Pogo Maske vom Pogo der Weltraum Affen Outfit anhabt und zeitgleich habt ihr hier auch noch den Hut drauf an den ihr euch halt vorhin ausgesucht habt so habt ihr das jetzt nun gemacht dann wiederholt ihr jetzt den letzten Glitch noch einmal und zwar rennt ihr jetzt nun wieder auf das Teleskop zu und dabei spammt ihr die Pfeiltaste nach rechts und dabei drückt ihr dann das Touchpad damit euer Charakter nämlich jetzt wieder durch das Teleskop gucken soll aber durch das Interaktionsmenü wird das ganze halt abgebrochen so befindet ihr euch jetzt nun mit offenem Interaktionsmenü vor dem Teleskop dann geht ihr jetzt nun hin und dann zieht ihr wieder das Pogo der Weltraum Affen Outfit an in meinem Beispiel das Outfit was WFG heißt und wenn ihr das jetzt nun gemacht habt dann schließt ihr euer Interaktionsmenü und dann lauft ihr einfach wieder ein kleines Stück vom Teleskop weg und boom ihr seid jetzt auch schon komplett fertig mit dem Glitch denn nun habt ihr den Hut auf der Maske drauf und dadurch wird die Maske ein bisschen kleiner und die Brille von diesem Outfit hängt jetzt hier so richtig geil in der Luft auf jeden Fall ein richtig geiler Outfit Glitch den ich persönlich extrem feier weil das ganze einfach nur extrem cool aussieht und zudem sieht es so aus oder beziehungsweise sieht fast schon so aus als wäre dieses Outfit gemoddet ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit diesem kleinen aber feinen Outfit Glitch wenn euch das ganze gefallen hat dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und dann würde ich sagen bin ich jetzt an dieser Stelle raus ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen richtig angenehmen Tag und wenn euch dieses Video hier gefallen hat dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du gerade hier neu auf diesem Kanal sein solltest dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen die Glocke zu aktivieren denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr ein GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut da rein und ciao